Wir werden Ihnen das noch in den anderen Übungen beweisen. Diese Border Collies aus der Arbeitslinie denken bei der Arbeit mit. Das heißt also, sie beobachten eine Situation. Sollte jetzt ein Schaf ausbrechen, reagieren die Hunde sofort, um alles wieder in Ordnung zu bringen. Wie das aussieht und was das Besondere dann ist, da kommen wir in den nächsten zwei Runden noch dazu. Aber dieser Hund ist am Anfang seiner Ausbildung. Er hat noch zweieinhalb Jahre Training vor sich. Drei Jahre braucht er ein Border Collie, bevor er wirklich toll ist. Aber die kleine Maus macht das schon ganz, ganz, ganz toll. Sie hat die Grundausbildung hinter sich. Und das sind diese aktuellen Übungen, was diese kleine Maus im Moment gelernt bekommt. Und darüber freuen wir uns sehr. Dankeschön! Vielen Dank!